Der Compeo ist das Ergebnis von zwei Jahren sehr intensiver Entwicklungsarbeit, auf das wir sehr stolz sind. Wir haben es geschafft, mit dieser Baureihe die Vorteile aus über 60 Jahren Kompondiertechnologie bei Bus zu kombinieren in eine neue Maschine. Wir werden mit dieser Maschine die Anforderungen unserer Kernmärkte mehr als erfüllen können und weisen eigentlich mit dieser Entwicklung auch den Weg in die Zukunft. Die Highlights des Compeos sind zum einen die flexible Konfiguration der Welle. Wir haben dort die Möglichkeit auf die Anwendung spezifisch bestimmte Aspekte im Design vorzusehen. Wir haben einen neuen Austrag, auch der ist innovativ als Konzept, eine Doppelschnecke, die es so im Markt bisher nicht gab in der Kombination mit einem Kogneter. Wir haben die ganze Steuerung überarbeitet, sind Industrie 4.0 tauglich. Wir können modernste Produktionssysteme anbinden an unsere Maschine und somit die Fabrik der Zukunft mit unserem Knetsystem beliefern. Wir haben die Compeo Baureihe das erste Mal an der NPI in Orlando im Frühjahr 2018 präsentiert und waren seitdem auf verschiedenen Messen und Tradeshows präsent mit der Compeo. Das Feedback vom Markt hat uns sehr stark beeindruckt und wenn ich in die Zukunft schaue, dann bin ich überzeugt, dass wir mit der Compeo Baureihe einen echten Benchmark gesetzt haben.